Hallo und herzlich willkommen hier bei DBD, Death by Dallax. Ah, leichte Sprachprobleme heute. Ja, da ist vielleicht jemand anderes, der muss übernehmen. Death by Dacken. Mach das doch. Sifi, machst du das jetzt? Okay, dann mach ich das. Hallo Leute, herzlich willkommen bei der neuen Runde Death by Dallax. Mit dir, Sifi, Unternehmen Monddorf, Thailand, Angels, und Hansi. Geht das vielleicht noch einen Tick schneller? Ja, ein bisschen noch. So, die Doppel-Ding-Geschwindigkeit bitte. Wer ist jetzt dran? Keine Ahnung, der Killer in dran. Ich kille euch jetzt eine Runde, ja. Geht ihr den Killer? Geht rein. Da sind wir bereit. Ich bin ready, also ich hab als Einziger ready gedrückt. Dann kommt der Verwand in die neue Runde. Yee. Ich stelle mich jetzt bloß in die Ecke, dann habe ich vielleicht noch Chance zu geben. Mach wegen einer aufs Klo. Ja, genau, ich geh jetzt einfach aufs Klo. Tschüss. Das scheint aber gut zu funktionieren. Sie ist die Einzige, die nicht gehangen hat. Das klappt aber bloß bei mir. Ich hatte... Wenn ich schluck mich nicht erst, dann bin ich zu unsicher, dann soll ich mich bei dir machen. Und deswegen hast du dich hängen lassen bei mir in der Nähe, ja? Ja, es war quasi... Es war quasi... Es war quasi... Es kann mich ja hängen. Am meisten, der ist hinter mir lang, hat er dich an den Haaren gehängt. Du konntest schön auf den Schrank gucken, wo ich drin saß. Ja, ich hab dich gesehen. Mein Po ist eingeschlafen. Soll ich draufhauen? Adulation. Bitte. Das ist wenigstens eine Karte, die ich kenne. Oh, Mann, oh. Oh, ja. Oh, ne. Wir sind einfach alle einig. Ja? Hi. Schatti. Hi. Komm her, komm her. Schwimmel dich, schwimmel dich. Komm her. Da, da gelang. Schatti, da lang. Ne, warte. Da lang. Warte mal. Immer links, ne? Knapp, knapp. Da lang. Komm, geh jetzt mal. Ich geh hier. Tati, du bist immer links, war das, ne? Ja. Nein, da ist auch noch links. Ja. Ja, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Also, ausgewandert. Ausgewandert? Jetzt schon? Ja. Ja. Ich hab das Wissen mitgebracht. Wer bist du denn? Ja, das willst du gern wissen. Der Feinstoffel. Hab doch gesagt, er ist mal einen, mit dem ich mich auskenne. Hab ich jetzt etwa richtig geraten? Könnte man vielleicht so behaupten, wenn man ihm schon mal begegnet ist. Na, 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 na. Boah, da, 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 da. Schatzi, der war hinter uns. Echt jetzt? Ja. Ja, dass der Müh vorbei ist. Da, 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 da. Ach, Schatzi, nicht schon wieder. Nicht gut. Dann gibt's nicht mehr. Na, da hat jemand seinen Spaß. Ich glaube, ich bin gerade aufs Engelchen getreten. Oh, tritt mich doch. Das glaube ich doch mal nicht. Ja, mach doch gerade, so wie es aussieht. Ich häng schön an der, ich erhoff mich neben der Palette hin. Schatzi rennt an mir vorbei. Pff, runter. Ja, ich hab's von der Ferne gesehen. Wie er runtergestürzt ist und jemand hinterher. Bist du jetzt weggekrabbelt? Ja. Oh. Das gibt's doch wohl nicht. Äh, du Engelchen, ich blut mal dein Grundstück voll, ja? Mach das immer, Blute. Ja, weil... Hast du mal einen Tampon? Nein. Ach, dann bleib doch liegen. Du bleib mal da schön liegen am Boden. Mach ich. Geh ne Angst. Weil wir die anderen einfach grundsätzlich von mir weggehen, weißt du? Einfach so, in der Stiftung so gleich. Wie doch, wenn ich das Palette den Keller dann immer in die Arme schlaufe. Kann mir das mal erklären? Das ist ein Perk. Kannst du mal regeln? Schön, eben eins. Ähm, die Palette hättest du dir sparen können. Ja, ich weiß. Ja, oder daneben? Hi. Komm her. Ich bin halt weggekommen. Komm her. Ich bin halt weggekommen. Ich bin halt auf Treppenstück, der hat's gemacht. Was ist das denn? Das war die falsche Stelle. Ähm. Du magst du... Warte. Warte. Ich war auf jeden Fall irgendwo ein Haus, wo ich nicht rein konnte. Voll vampirtechnisch. Ich bring dich mal zu deinem Haken zurück, von dem du grad weggelaufen bist. Nein, das brauchst du nicht machen. So, hier, den Haken, den wolltest du ja hier bleiben, ne? Nein, das wollte sie gar nicht. Das war der falsche Haken. Das war nicht der Sefi-Haken. Doch, das war ihrer. Er hat's ja extra Licht gemacht. Tschüss, Schatzi. Der war direkt gegenüber von meinem Generator. Von dem Kämper sind das Herzkopf. Nichts, ich bin fast gleich abgemacht. Wir machen jetzt noch. Schatzi? Alter, darfst du auch zu campen? Ich campel nicht. Ich versuche, Fallen zu stellen. Äh, Schatzi, wollen wir nächste... Halt, du mal kurz, oder was? Nein. Ähm, meine Falle ist nicht vor. Ist ja auch passiert. Ich bin jetzt nicht, Tita? Schatzi, wollen wir beim nächsten Mal, äh, Dingsen? Dingsen? Ich könnte auch, sage ich nicht, Bumsen. Nein, wir wollen, äh, wir wollen, äh, Schrank spielen. In der nächsten Runde spielen wir Schrank. Ich stelle mich rein und Schatzi guckt. Das ist aber schön, dass ihr hier Spiele spielt. Ich könnte mir bei dem, falls du es nicht bemerkt hast. Okay. So, komm mal mit. War eine gute 10, also? Gut, dass ich mich entschieden habe, aufzunehmen, die Runde. So, bitteschön. Ich brauche ein Taschentuch. Wo ist ein Taschentuch? Aua, ich jetzt auch. Alter, was ist hier los? Oh, ich muss heulen, dass es hier los ist. Sie haben sich gerade versucht, gegenseitig durch den engen Gang zu quetschen und ich kam einfach rein. Ja, wir waren jetzt, wir waren zu dick. Ja, aber ich komme aus dem Schrank, da kommt Engelstchen um die Ecke. Ich renne raus, wenn wir leben. Ja, ja, ich wollte wegrennen, ne? Kommt mir Engelstchen entgegen und stellt sich einen Weg zum Atem. Hallo? Hallo, hallo? Nein, hier ist kein Hallo. Was? Wo Hallo? Wo? Haluzis? Haluzis. Wer hat hier Hallo? Aber er hat denn hier die Falle hingestellt? Ja, das frage ich mich hoch. Warte mal, wo? Der kaffst immer noch. Nee, weg, 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 weg. Ja, okay. Schatzi, lass los. Nein, die will ich befummeln. Das möchte ich jetzt befummeln. Ich will dich zufummeln. Guck mal da, oh, guck mal, kann man da drücken? Du willst das bloß wieder gut machen von eben, richtig? Was? Dass du mir weggekommen bist? Das hab ich ja längst vergessen wieder. Nein, dass du dich mitten im Weg gestellt hast. Nicht in deinem Weg, er hat mich in die Frassi geboxt. Nicht in deinem Weg, er hat mich in die Frassi geboxt. Ja, ich möchte das jetzt noch los. Könnt ihr euch mal aufhören zu verstecken? Nein, nein. Ich versteck mich nicht, ich bin hier frei übers Bett. Überall, du bist gerade an dem Schrank vorbei, wo ich drinnen sitze. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. War Absicht. Das weiß er. Gut. Ich kann nicht immer nur dich nehmen, Schatzi. Na, weißt du, du. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das stimmt allerdings, du kannst ja ruhig mal ein bisschen hier ein Knack-Bofürchen nehmen. Die wollte ich ja, die ist ja auch weggelaufen. Ich hätte schon weggekommen. Stimmt, sie hing ja schon. Ich, Schatzi, die schrank ist schön. Ich wollte dich ja auch aufhängen, aber du wolltest ja unbedingt wegkriechen. Schatzi, du hast ja aber nicht mit reißen. Entschuldigung. Boah, ich find echt keinen mehr. Ich wollte gar nicht wegkriechen, aber du bist mir andauernd mit deinen Füßen auf meinen wunderschönen Fingerchen rumgerannt. Ich bin gerade frisch lackiert. Oh, Mann. Hast du mich echt nicht kommen sehen? Ach, nee. Weil ich ja überlautstelle, der Gratpaar. Wer will das auch schon? Na, zumindest solltest du das wollen. Echt? So. Hallo? Online? Live? Nee, danke. Und online? Und live, ja. Und online? Äh, Hasi? Ja? Du? Rieser sind toll, oder? Ja, ich glaub, du leakst, oder? Nein. Nur so ein bisschen ist Täuschung. Also, ich wollte dir nur fragen, ich wollte mich dazulegen. Soll ich kuscheln kommen? Nein, mach ich sie. Hm. Ich hab sie mir leid, Hasi, ich hab sie halt verboten. Ja, was fummelst du denn schon mal mit anderen Leuten rum? Und das auch noch in Linien? Ich war das gar nicht. Ich hab mich an deine Anweisung gehalten. Gesundheit. Kannst du auf mein Video gucken? Ich hab halt so gefummelt. Gut, aber ich. Das war Knack-Bepülchen. Das? Aber ich? Ich, das war Knack-Bepülchen. Du bist aber... Du darfst fremde Leute, äh, performen, aber ich nicht, ja. Echt? Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Hallo? Als würden wir dich, ähm... Ja. Echt? Diese Falle? Nein, das war nicht die Falle. Das war die andere. Warte mal. Hier ist doch kein Haken in der Nähe. Guck mal, du hast dich weiblich zum Haken gelegt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Selbst bei ihm, wisst ihr, der das Spiel gerade zweimal gespielt hat. Selbst bei dem Sterb ich, ja. Immer gespielt. 500 Jahre lang. Hab schon ein bisschen mehr gespielt. Ja, dreimal. Hab es vielleicht dreimal mit euch gespielt, ja. Aber davor hab ich ja immer mit ihm zusammengespielt. Du hast mit mir zusammen gemacht. So, kipsen wir mal wieder. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Nein, nicht da lang. Stopp. Ich hab was kaputt gemacht? Hm. Der ist schick. Pass auf, ich zeig ihn dir mal. Zeig ihn dir einfach mal. So. So, einer weniger. Jetzt find ich ja gar keinen mehr. Wieso? Das war der einzige Weg, den ich die Luft erfüllen kann. Mal eine Frage, warum? Hat sie schon gehängt? Ja. Und da hat er gekämpft. Nein, hab ich nicht. Ich habe die Falle geholt und hingebracht. Was hat sie gesagt, das stimmt. Und da lässt sie dies vor. Ich, ich... Ich nehme auf, also. Ihr werdet sehen. Werden wir gar nicht. Ja. Wo ist denn der Generator hier explodiert? Ich dachte, hier wäre gerade einer hochgegangen. Der schummelt die ganze Nacht. Äh, das war kein Generator. Nicht? Nein, ich hab deine Falle entschärft. Ich bin dann dann ganz schnell weg. Ah, okay. Ich dachte, du kannst spielen, Killer. Kann ich auch. Pass auf. Aber nicht spielen. Nein! Bleib weg! Geh weg! Okay, ich geh ja schon. Schatzii! Ja, du hast gerade gesagt, die soll weggehen. Du! Achso. Ich finde sie soll weggehen. Ja, denn lauf einfach. Nein! Warte, wie war das in Scary Mooden? Laufschlampe, lauf! Tschöö. Nein, lauf. Nein! Na, wirst du... Guck mal, ich geh. Guck mal. Ich versuche auch wegzugehen. Ich mag dich nämlich nicht Hier ist ein Haken Ich geh, hier ist ein Haken So, ich weiß schon mal, wo die Luke ist Also ich weiß auch, wo die Luke dann ist So wenigstens in der Nähe Ja, toll Du, du schläfst halt auf der Couch Ja Ist eine Schlafklasse, schlafen da eigentlich immer Ich wollte gerade sagen, das witzige ist Tim schläft da auch Ach, solange ich auch schlafe Bist du neidisch? Sollte ich es nicht Also dann bin ich nicht neidisch, sondern eifersüchtig Und neidisch Von wo kommt er denn? Also als erstes bin ich hier Ja Ey Jungs, ich kämpfe schon, ne? Es ist jetzt hier keine Kinder-Spielerei mehr Oh, gut, dass du sagst Ich muss hier erstmal rauskommen Ähm, da bist du Ich bin unterwegs Ich beschädige gerade meine Tastatur Die ist gerade sehr dankbar Gib's ihr, gib's ihr Die Schlampe willst du Ja Oh Okay Hat sich ausgegeben Oh Gott, er entkommt heute? Das gibt's ja wohl hier nicht Naja, gut, nicht alle, ne? Ne, er ist völlig gepikst Und gepiesackt Ja Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich dich aufgegangen hab Pieseln und Sachen Ähm Pist, pst, 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 pst Lins oder rechts? Nein, ich würde das machen Asso Hat jemand da Ahnung, wo die scheiß Ausgänge sind? Ja, ich Rechts Immer links Aber immer das andere Nein Immer das, immer das richtige links Obwohl, ich kann mich ja auch als eigentlich warten, dass ihr beide entkommen seid und mich bei der Luke hinstellen Ja, das kannst du auch Möchtet ihr die Ausgänge eigentlich nicht machen? Nein Merk schon. Wir warten darauf, dass die Lüko geht. Das ist unser eigener Plan. Genau. Wozu auch bitte schön einen Ausgang nehmen? Das ist ja auch langweilig. Das ist, wie weiß ich. Die Leute, die man das machen, ne? Die sind doch viel geiler. Allein der Klick, den man hat, wenn man da durchgeht. Echt mal, wenn man da rumsprengt. Ja. Gebrüß. So, ich glaub, die Fall ist grad wieder unter meinen Händen weggegangen. Aber die war tatsächlich noch da. Da ist tatsächlich noch einer Schattel. Also Regenbogen. Regenbogen? Regenbogen. Ja, welch Regenbogen? Regenbogen. Nicht da, wo der Killer ist. Die haben den anderen Regenbogen gemacht. Ja, Hasi, hier lang. Ja, gut. Danke, komm mit. Ich mach dann so lange mal den anderen Aufgang auf, ne? Mach das. Oh, guck mal, da ist Knackpupöchen. Hallo. Ja, Engelchen. Ja. Statt im Schrank. Statt im Schrank. In welchem Regenbogen? In welchem Regenbogen? Ja. Na, in dem Regenbogen, wo du grad warst. Oh, ja. Gott sei Dank. Boah, das ist jetzt eigentlich die Ausgabe zu werden. Das war jetzt die Erste. Die Erste. Oh, scheiße. Ich mein, gut. Scheiße, genau. Gut gerettet. Oh, ich hab 17.000 Punkte und ich krieg's die nicht mal. Scheiße. Oh, das hat sie mehr. Ist kein Info. Blöd, oder? Alter, ich hab heute Frame, äh, Frame Drop. Ist nicht viel Frame. Echt? Ja. Hast du noch irgendwas an? Ähm, ja. Sag für ne Info. Hast du ne Webcam? Das ist genauso wie, wenn du jemanden fragst, geht's dir gut? Ja. Den denkst du so, ja, schön. Also Webcam läuft bei mir bei OBS mit. Joa, aber es läuft, also bei mir läuft alles für löslich. Aber auch können wir auch alles einwandfrei. Warte, ich muss mal kurz aus dem Speed tappen, damit ich hier wieder rauskomme. So, was konnte denn die noch gleich? Verdammt. Schau nix. Krankenschlösser. Schwesterchen. Äh, die Krankenschlösser kann porten. Nein, kann sie gar nicht. Und das Geist, die Leinchen konnte zei- Das Geist, die Leinchen? Das Geist kann sich verfahren. Ach, genau. Verunsichtbar. Verunsichtbar. Obwohl, nee, 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 warte mal. Ich glaube, ich hab auch mal Lust. Nein, hast du nicht. Soll ich's verraten? Nein, soll sie nicht. Sie hat um die Ecke geguckt. Mach den Vorhang runter. Nein, ich hab über Bildschirme geguckt. Der ist doch schlimmer. Ja, ja, ja. Ich hab in der Webcam geguckt. Nein, ich hab's aber nicht, äh, während der Aufnahme gemacht. Ja, nun, einer fehlt noch. Ja, klar. La, 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 la. Nein, ich weiß nicht. Aha, jetzt wies ich auch, wer's ist. Na, wer ist es? Wer ist es? Deine Mutter. Ernsthaft? Nein, hat er nicht gesagt. Oder? Oder? Oder mit Doppelde? Oder? Oder? Echt? Ich bin Enkel. Wie fühlst du es? Echt? Du darfst mich ruhig feiern. Du darfst mich feiern. Mich lobreiten. Hm. Übrigens, soll ich das ernstige Quatsch, dass mir sowas von der Mund abtrocknen? Ich muss ertrocknen, vor allem. Na ja, du kannst ja ertrinken, dann kannst du bestimmt auch ertrocknen. Er trocknen. Er trocknen? Er trocknen wäre ja vielleicht schon ertrocknen. Oh, das war gerade ein bisschen ruckelig. Ruckelig? Bisschen ruckelig. Dein Hard Framework. Letzt, aber auch noch ein Ruckel. Das haben wir eine Glaubensaufnahme hier. Ruckeligu, ruckeligu. Ich würde mir gerne wissen, welchen Killer er jetzt wirklich genommen hat. Er hat bestimmt anderen genommen, nachdem ich weggeguckt habe. Äh, ernsthaft? Treffer. Und Hasileitchen? Alter, wie viele da gerade saßen? Macht das nicht Spaß, wenn man mit der Kettensäge bloßt kann? Kein Fluffe. Ich bin blockiert durch anderen Spieler. Vor allen Dingen, wenn Hasileitchen so schön stehen bleibt und mitten vor der Kettensäge wartet. Ich komm jetzt weg, da war ein anderer. Ich glaub, sie ist nicht. Es sah aber gut aus. Warte mal, den Haken hier vorne, den hattest du dir ausgesucht, oder? Nein. Der war halt schon wieder in der Nähe eines Hakens. Nein, in der Nähe war es nicht, aber hier ist ein Generator in der Nähe. Alter, verlegst du mich? Ja. Lest doch drauf. Kannst du nicht mal warten? Wenn sie sich beide vor mir hinstellen und darauf warten, dass ich mit der Kettensäge reinrede. Natürlich, sie haben hier bunken. Oh, das schneiden wir. Also, ja doch, sie haben's. Wir saßen dann wirklich wie so weiter neben vor der Schlange. Was war daneben? Ein bisschen. Der Nächste, bitte. Und immer auch der Nächste, bitte. Das sieht aber auch ein bisschen pervers aus, wenn ich gerade über die Hänge bin. Bitte gerne, nein. Nein. Oder knackst du Pöhrchen. So ein bisschen. Aber du darfst das. Du darfst, du darfst. Du darfst alles. Naja, fach alles. Du solltest ein paar andere Wege gehen. Nein, geh genau diese Wege. Moment, geh doch mit der anderen. Der hat das doch vorhin schon mit der Kettensäge. Du sollst da nicht immer reinrennen. Verfolgt er dich eigentlich noch? Ja, er verfolgt sich wohl noch. Verfolgen ist das Falsche. Er läuft genau die Wege, wo ich langlaufen will. Das ist verfolgen. Aber er verfolgt dich. Wobei ich das schon Stalken nennen würde, oder? Du solltest Michael Myers spielen. Würde ich, allerdings brauche ich vorher die DLCs. Wir fehlen die DLC komplett alle. Nein, die fehlen den gar nicht. Stimmt gar nicht. Die fehlen nicht alle. Meyers habe ich nicht. Hallo. Oder was sind davor? Okay, du rennst in den falschen Wegen. Okay, dann renne ich halt da lang. Bei den falschen Wegen. Mann! Mann, ich bin nicht da lang. So, erst mal ein bisschen aufgeholt. Wir holen ihn jetzt vom Haken. Ich bin nicht da lang. Mann, ich bin nicht da lang. Hans? Mann, ich weiß was hinter dir. Wollte ich noch mal sagen. Ja? Äh, knappe Pülchen. Ja. Das hat mir gleich einen Gedanken, oder? Ja. Äh, bist du jetzt echt weg? Ja. Okay. Pülchen, ich gehe in diesen Schrank, ja? Moment. Das hier stört. Ich gehe in den anderen. Okay. Gott. Oh. Ähm, du musst die Leertaste aufdrücken, ne? Ja, nur leider. Das war die falsche Leertaste. Nee. Richtige Leertaste. Ey, das gibt's doch nicht. Spielst du schon wieder mit ihm Fange? Ich spiel wieder mit Hasi, ja? Fange. Äh, ich bin Schatzi. Ach, weil ich doch. Ist das doch alles mit deinem Schatzi? Ja. Schlecht, Alter, ein S. Achso, nur so nebenbei, ne? Ja. Das ist hier kein Fange spielen. Doch, das ist Hasi Fange. Was ist es? Wir auch spielen Fangen. Fangen, 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 Ratte. Kirate. Irgendwelche. Oh, das war knapp. Ah, das war daneben. Ja, ja, ging zu früh. Ich hab's gemerkt. Stopp, zurück. Nein, ich will nicht zurück. Aber an was hat er dich jetzt gefragt? Du hast weder jüngst. An meinem Arm. Ich hab irgendwas Langes runterhängendes da gepackt. Hast du mich gerade hier hauen? Ich möchte bloß mal kurz erwähnt haben, mit ihm spiel ich jetzt auch nicht mehr. Hörst du mal auf zu kämpfen? Ich kämpfe nicht. Ich bin in deine Sackgasse gelaufen. Hab ich grundsätzlich für Hörschlag, weißt du? Das ist einfach bloß so. Ja. Du bist verliebt eigentlich in ihn. Ja, 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 genau. Ja, das wissen wir ja alle. Ja, seit heute nicht mehr. Ehrlich. Du stehst doch auf Schläge. Nur von Frauen. Ja, das sagt er jetzt. Ein bisschen wie, schade. Ich will mal nicht abhängen. Ach, da ist das. Okay. Hm, jetzt ist hier keiner mehr. Versucht man mal die Treppe, dann ist da keiner mehr. Gunderbar. Schweb nach rauf. Schweb nach rauf? Ja, schweb nach rauf. Äh, ja, so viel dazu. Ach, Schatzi, wo bist denn du denn? Welches? Links. Meinst du? Wahrscheinlich nicht. Mist, diesmal bist du... Das ist sowieso immer das Falsche links. Diesmal bist du tatsächlich ankommen. Tatsächlich? Tatsächlich. Die letzten zweimal rannte ich hinterher. Ja, du rennst immer noch hinterher, ohne das mitzukriegen. Ja, wahrscheinlich. Ey, Fliege, ich hau dir in Zirken. Ich muss schon prunzeln. Hast du die Fliege immer noch nicht erwischt? Nee, nee, nee. Das Problem ist, ich muss mit irgendwelchen Leuten spielen und deswegen kann ich die Fliege nicht erwischen. Das ist ne Ausrede. Ja, aber ne gute. Schade. Schlechte. Böser Generator. Brauchst du schon wieder Generatoren? Nein, würde ich nie tun. Machst du einen dauernd. Ich freue mich jetzt nicht. Autsch. Ha, Sefi, hi. Das war einfach so, da explodiert was, das muss Sefi sein. Ja, Sefi wird irgendwie gar nicht beachtet von Engelchen. Ja, ist kein Wunder, die verschwindet ja auch andauernd. Moment, ändern wir mal schnell. Sefi, du musst auflaufen. Ich habe gerade, ich wollte die Legs. Ja, das hat man gerade gesehen. Ich wollte die Legs vorher. Soll ich dich aufhängen oder liegen lassen? Moment. Beides. Lass mich liegen. Nee. Nee, Wunderbar. Nein. Guck mal, ich habe da was entdeckt gehabt. Der passt zu dir hier so. Darum erwischt du mich immer, wenn ich ihn am Meer von einem Haken. Warte. So. Schließt er mich auch noch wie Sau. Zu zeigen Männer ihre Liebesbekundung. Echt, jetzt schon? Das ging jetzt zu flott. Hallo, guck mal. Guck mal, wer hier ist. Guck mal. Hallo. Hallo, ich höre mich. Kommissar, Jock. Mit Ratschschlag sogar. Das ist wahr. Ja, es ist... Das sah aber nett aus. Glaube ich doch mal nicht. Der wartet einfach nicht. Ja. Ja. Hi. Ich mache mein. So. So. Was ist das? Bis. Bis? Bis. Bis. So. Jetzt hast du mich verwirrt. Ja. Offiziell verwirrt. So. Ist richtig so? Musst ja auch nicht immer alles verstehen. Es gibt... Bist du noch weg. Hier bin ich gar nicht. Stimmt. Sind sie weg. Oder auch mehr so? Nicht bewegen. Stimmt. Mach mal jetzt. Komm, wir gehen. Warte mal. Den Haken hier, der ist schon bekannt. Ja. Mach mich ruhig da dran. Das ist okay. Brübberechtigt. Brübberechtigt. Ja. Ja, vor allem mal hier. Der ist vollberechtigt, Hasi. Aufhör, ey. Schatzilein. Schau dir die Karte an. Wir kommen später. Äh, wir erscheinen später. Ich sehe es. Video kommt da hinten. Ja, wir müssen noch den Generator fertig machen. Dann sind wir da. Ja, die macht drei Generatoren fertig. Und dann kommt es hin zu dir. Man weiß auch nicht, wieso. Keiner will zu dir kommen. So zeigen wir uns, äh, die Kühle miteinander. Einfachkeit vor allem. Einfachkeit, was ist das? Oh. Gott, wie cool. Ja, bei dir spielen wir doch ein Torio. Damit das bloß kommt, ey. Und, und? Ähm, machst du das? Ach, schade, ey. Du bist schon dreimal mehr so vorbeigelaufen. Also, jetzt hör auf. Wie, ich soll jetzt mitten in der Runde hier aufhören? Ja, nee. Hör jetzt auf. Geh einfach weg. Aua, aua, aua. Liege. Mann! Du hast mich auch nicht gesehen. Du bist, du bist in deiner Ecke. Du bist ganz dicht an mich ran. Hast du bei mich rübergeguckt, hast dich um mich. Du bist gegangen. Ja, warte mal. Der Haken hier ist immer noch bekannt. Wie gesagt. Das ist schon. Jetzt hängen hier schon drei verschiedene Personen. Ja, das ist ösere Ecke. Desinfizierst du die wenigstens vorher? Nein, mach den da drauf. Knack, Pöpöchen. Ja. Mach den Generator fertig. Welchen? Den da? Ja, den, an dem du gerade dran bist. Du meinst den, an dem ich nicht dran bin? Genau. An dem du nicht dran bist. Warte mal, wo ist mein Haken? Wo ist dein Haken? Oh, ich geh. Me too. So, wer möchte denn diesmal? Ich bitte. Keiner. Ich. Keiner. Geh weg. Geh weg. Okay. Also, irgendeine Runde kann ich nicht mehr da drüber springen. Das muss das Spiel gleich nochmal kurz beenden und dann nochmal neu starten. Ja, zum Glück hier die zweite Runde. Weißt du, dann kommt er nicht mehr wieder. Ich werde euch auch nochmal neu starten. Ich hab den, glaube ich, ganz weit weg, weil ich weg war. So. Siehst du, ich hab dich nicht mal gehauen diesmal. Halt's Maul. Ich hab meine Tage. Kannst du mal Tampon wechseln, komm? Alter, du bist ja verschwunden. Sieh mal als in der Aufnahme. Scheiße, ich gucke dir zu. Oh ja, stehst du drauf, ne? Ja, genau, halt dich genau da, ja. Noch ein bisschen höher. Geht da lang, möchtest du also gehen? Ja, genau. Ja, dann, dann, dann. Kuckuck. Warte, ich gucke mal kurz Knackpöpöchen zu, weil der gerade Kuckuck die macht hat. Könntest du mal aufhören, immer umzudrehen, wenn ich zuschlage? Wie sieht Rütteln, ey? Schade. Die Assistentin hat mir jetzt ein paar Tipps gegeben. Übrigens, darf ich es mal kurz erwähnt haben, ja? Keiner war ein bisschen so schlecht wie ich, der ist gelohnt. So, den Haken hier noch. Sieh, du riffst da mal ein Haken. Sag ich, was lebt du noch? Du bist allein. Ach, nö. Angekratzt und allein. Ähm, Schatz, ich weh zu früh. Du musst noch einen Generator machen, oder? Ich weh dafür, dass... Nein, recht schon. Sieht man ja. Kann man jetzt auch. Was denn? Ich, ich wär dafür, dass er heute Nacht, ähm, einfach draußen schläft. Ja, wir haben bald kommen. Ganz draußen, bald, aber bitte. Nein, nicht, nicht auf dem Balkon, auf der Straße. Mitten auf der Straße. Weit. Weit. Kann man, kann man bitte jemand beim Deppler zugucken gehen? Das ist doch Dinge. Oh, ich benutze schon die ganze, geht nicht, du weißt. Kann mal irgendjemand, äh, hat vielleicht jemand schon mal die, ähm, oder nicht? Was? Die weiß. Die was? Ach so, ja. Nee, tut mir leid. Nee, hab ich noch nie gehört. Du sollst sie auch nicht hören, du sollst sie ja bloß sehen. Die existiert hier gar nicht. Nee. Die hat er abgebaut. Genau. Ja, das ist ja auch so. Und deswegen finden wir die nicht, weil... So, war das jetzt eine Endlosrunde? Abgeschlossen, bis dann rausgegessen. Ja, so ein bisschen gut geht aber. Das gemeine ist, er hört die besser als ich. Ja. Ja, viel, das war. Ja, leider. Aber wir haben voll sich vertraut. Du findest dich nicht. Nein, du warst gar nicht. Boah, das war so. Wo warst du denn noch? Das ist Mann. Was hast du alles findet auf dem Weg? Nett von dir. Danke. Mein Leben hat heißen. Nicht viel, aber wenn sie es da. Ach nicht, du hast ein Kofferchen gefunden. Ja. Nein, hat sie gar nicht. Das ist ein Trott. Nagel hat sie gefunden. Nagel? Ja. Ich lass mich jetzt nageln. Na, dann mach das mal. Ja, aber es ist alles interessant. Ich bin schon tot. Wem lässt du dich eigentlich nageln? Hallo, kenn ich den? Ja. Und wenn ich den kenne, sag mir sofort wo der Wunder mit Schlachten kann. Den Sack. Wo bist denn du? Weg. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, aber ich sag es dir nicht. Gib mir mal einen Tipp. Rechts. Okay. Warte, ich versuch's mal. Das ist das deutsche Rechts. Okay, dann versuch ich das andere. Das ist geradeaus. Aber wo ist denn bei dir rechts? Wo bei dir hinten links ist? Nein. Also dann musst du bitte nach vorne schräg zur Seite. Mann, der ist in der Nähe der Luke. Ich kann kotzen. Echt? Ja, ich hab die grad. Ich hab Herzschlag ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich hab die Luke gehört. Vor allem, was sagst du mir, dass du so Herzschlag hast? Ich hör das. Mann. Wo bist denn du? Weg, weg. Ich steh vor der Luke und warte darauf, dass du mich findest. Okay. Ja. Wenn du mir verrätst, wo die Luke ist, dann... Das ist die Lucky Luke. Die Lucky Luke. Von Lucky Luke. Ja. Wo sind denn die Dolphins hier? Weiß ich nicht. Die hat sich nur vier hängen. Nach der Größe nach. Ja. Sind wir doch als erstes Schwein. Macht doch so keinen Spaß. Wo bist du? Voll der Name beim Kleinsten oder am Größten angefangen? Äh, andere Frage. Wer hing überhaupt zuerst? Äh, Hasi. Ich. Also ich hab euch erstmal alle am gleichen Haken aufgenommen. Ja, das findest du toll. Das sagst du jetzt jedes Mal. Ja. Ich bin da stolz drauf, da hat eine Urkunde sich gepasst. Genau. Ich weiß nur, dass ihr die Karte dann gemacht habt, wo ihr das eingezeichnet habt. Wer abspammt denn jetzt schon wirklich auf Discord? Ey, den hau ich jetzt erstmal in die Fresse. Ja, hau den in die Fresse. Wie gut, dass es den... Wie gut, dass es den Streamer-Mode gibt. Ja, das war ja falsch. Äh, ähm... Da. Da kommt der immer wieder zur Lupe. Findest du die nicht? Nein. Höhöh. Kannst ja mal selber reinspringen. Genau, spring mal rein. Ja. Du warst hier mein Engelschen. Ich? Ja, du. Pass da nicht rein, ich bin zu fett, Entschuldigung. Ah, ich dräng dich an, wir drücken dich auch rein. Vor allen Dingen ihr. Mit dem Arsch zuerst. Ja. Erst im Himmel. Genau. Ja. Oder aus der Hölle. Ah. Was soll ich denn im Himmel? Da kann ich ja gehen. Mann, geh doch mal weg. Geh doch weg. Ich bin mir noch nicht ganz so gut filmen. Geh doch weg. Ja, ja. Ja, einfach mal über die Schulter gucken. Genau wie hier. So, ich guck mir derweil mal ein bisschen Disco an. Disco? Ja, Disco. Ich schaue dir Disco an. Hm. Habt ihr die mich auch zu hören? Nee. Weil es weiter geht, wenn das auf Freifahrt. Ich kann auch nichts hören, weil andauernd irgendwer redet. Wo versteckst du dich denn? Ich bin doch jetzt über die ganze Karte hier schon gerannt. Ja, und ich laufe in die andere Richtung. Ja, und er hat selber den Gukin etwa gefunden. Ja, doch, draufgetreten bin ich schon. Für alle Leute, die zufälligerweise noch zugucken sollten, das dauert noch eine halbe Stunde. Zu lange, bis einer aufgibt. Spult einfach vor auf 52 28 und da werdet ihr dann das Ende sehen. Wisst ihr was, ich würde so lachen, wenn die Folge tatsächlich so lange geht und dann du da, oh ja. Boah. Bist du echt schon draufgetreten? Ich bin schon draufgetreten. Schon mehrmals. Ob meine Leiter oder auf die Luke. Beides. Auf unserer Ehre. Ist die echt so gemein versteckt? Nein. Die ist ziemlich offensichtlich. Genau deswegen findest du nicht. Ja. Was heißt die denn? Ich höre das nicht. Ich hab die Luke nicht gehört. Ich bin zufällig drüber getreten. Dann drüber getreten. Ist die gut versteckt oder nur so? Dann bist du wahnsinnig Zauberkiller. Das auf jeden Fall. Schau mal lieber, zeig mir die doch mal. Wo bist denn du? Meine Kettensäge durstet auch schon. Du hast die gar nicht an. Warte. Er hat auch kein Windchen mehr. Besser? Ja. Falsche Richtung. Wo ist denn diese fucking Luke? Genau da, wo du gerade nicht fluchst. So, schön krach machen, damit man sie auch nicht hört. Schön krach machen. Ach, Menno. Kannst du das mal lassen? Ja. Äh, nö. Ich hätte mit Tüte. Hi. Wo bist denn du jetzt hin? Echt jetzt? Ach da. Ich hab die da gelegt. Ähm. Haben wir einen Haken? Haben wir einen Haken hier? Endlich, ey. Ne, zeig mir mal bitte die Luke. Ich hab die scheiß fucking Karte und hab die abgesucht. Ich hab die nicht gefunden. Ja, ist ja okay. Und? Guck mal da. Echt jetzt? Echt jetzt. Jetzt wirst du noch ein bisschen laufen müssen. Natürlich. Aber es ist echt fisch, dass man jetzt überleben da so erst zu spät hat. Also ich hab's als Killer auch nicht gehört. Doch. Als Killer schreit die Furby. Du machst das nicht. Bei mir nicht. Als würde dann doch... Nein. Nein, bei mir gar nichts. Also da war nichts. Okay, die Folge ist vorbei. Doch nicht vor 52 Minuten. Ach, so ein Mist aber. Ach Mist. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Dead by Daylight. Wir kennen unsere Freunde und haben die Augen an. Moment, wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Das hat sich grad geklärt. Keiner. Tschüss. Tschüss. Ich bin euch ein bisschen bis zum Abend. Tschau. Tschau.